Willkommen zurück zu Paper Mario. Ich habe herausgefunden mit der Schultertaste, oder zumindest mit dem Z-Knopf, was auch immer, kann man sich drehen und damit ist man schneller unterwegs. Yeah, wir sind richtig fest. Genau, wir sind letztes Mal hier in Toad Town angekommen und wollten uns hier noch ein kleines bisschen umschauen, bevor wir dann weitergehen. Ich habe schon gesehen, da hinten sind üble Toads. Ich weiß ja nicht, was die im Schilde führen. Hoffentlich müssen wir nicht mit denen abhängen. Wasser und Erde, Kraft der Sonne, und zarte Blumen erfüllt mich mit Wanne. Hallo, mein Name ist Minstie. Erfreue dich an der Schönheit dieses Blumengartens. Es soll eine liebliche Blume geben, die hier noch fehlt. Vermutlich sind die Knospis die Einzigen, die den Samen haben. So sieht ein Knospi übrigens aus. Also, rede nicht über das Pokémon, sondern über das Ding. Okay. Wenn du auf einen Knospi tröbst, würdest du ihn dann nach dem Samen fragen? Ich werde ihn in diesem Garten pflanzen und mit viel Liebe aufziehen. Ja, okay. Ich kann dir ja Bescheid geben, wenn ich was finde. Na, Toddy? Was geht ab? Sehe ihn um Minstie an. Immer umgeben von ihren Blumen. Sie ist so schön wie eine Rose. Sie einfach nur zu sehen erfüllt mein Herz mit Freude. Okay, ihr seid ein bisschen komisch. Na gut, ich lasse euch mal komisch sein. Hi, was geht denn hier ab bei euch? Hey, wer es geht? Chill, dich zu sehen. Bluff ist mein Name. Ich richte mir einen kleinen Laden in Toad Town ein. Aber ich bin noch bald in Vorbereitungen. Ich will dich nach der Eröffnung auf jeden Fall wieder hier sehen. Ja, klar? Hey, sie da sind noch ein Kunde. Papa hat vor dem Laden bald zu eröffnen, aber ein bisschen Geduld werden sie noch haben müssen. Oh, die machen hier schon was auf. Oh, da hoch? Warum packt das so? Und da war noch eine Tür. Okay, das ist also wirklich dann für später. Na gut. Wenn das so ist, dann respektiere ich das. Natürlich. Oh, hi. Das ganze Bauholz war am Straßenrand gestapelt, aber bei dem Erdbeben ist alles umgestürzt. Unglücklicherweise kann man deshalb momentan den Sinn deiner Schatten nicht erreichen. Keine Sorge, wir werden das Chaos so schnell wie möglich beseitigen. Ich weiß, das ist sehr unbequemer. Bitte, ihr habt doch etwas Geduld, während ich wieder alles in die Haltung bringe. Hä? Seid ihr irgendwie dumm? Also, ich weiß, ihr seid Toads und so. Ihr könnt da nicht rüber, aber Mario könnt doch einfach hier drauf springen und dann ist er drüben und dann, ne? Warum macht er das nicht einfach? Wie dumm von ihm. Aber, ich habe auch nie behauptet, dass Mario die hellste Kerze hier im Universum ist. Hi. Nee, dein Draußen ist gefährlich. Ich will nicht gehen. Ja, du solltest nicht gehen. Nein, geh nicht. Tut mir leid, aber nein. Ich will aber gehen. Hey, wieso darf ich nicht? Ja, die nervt mich. Aber, na gut. Wenn sie mich nicht gehen lassen, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Können wir vielleicht hier durch? Auch wenn da ein Tor ist. Ja, können wir. Okay, ich habe gedacht, das wäre so zugeschlossen. Oh. Oh. Hier war mal ein schönes, großes Schloss. Ich kann nicht glauben, dass der Bild war, das vor kurzem noch hier war. Wow. Ich war im Palast, als das gerüttelt plötzlich losging. Aber meine blitzschnellen Beinchen haben mich gerettet. Ich weiß, dass auch Luigi und ein paar andere rechseitig entkommen sind. Aber alle anderen wurden entführt. Die sind auch mit dem Schloss entführt worden? Also das ist nicht die einzige. Oh no. Was ist denn hier? Ein großer Fels, aber da können wir da flangen. Also hier. Ja, lässt mich auf jeden Fall. Hier ist doch bestimmt irgendwas secretmäßiges. Das oder so. Hm? Musik wird aber leider. Oh. Hey. Da war eine Sternschnuppe. Da. Schon wieder. Was sind wir denn jetzt? Oh Gott. Hier wird es richtig gruselig. Ah. Der Sternschnuppengipfel. Da wollen wir sogar lang. Okay. Die Sternschnuppen, die fliegen durch den Boden. Die können wir also nicht einsammeln. Schade aber auch. Wirklich schade. Aber ich liebe sie nicht. Wo ist sie denn? Hier? Oh. Sie wohnt hier sogar. Ah. Schick. Schick. Nicht schlecht. Weiß doch nicht, mit wem sie hier Picknick ist. Hier ist keine Menschenseele. Aber. Na gut. Eben das seine, wie er leben möchte. Und da ist sie. Hallo. Ah. Sieh mal an. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist mir lieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine noble Zustimmung ist es, in die Zukunft zu sehen und absolut atemberaubend auszusehen. Warum sieht man dein Gesicht nicht? Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Ich kann Dinge sehen, die im Verborgenen liegen. Ach ja. Sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Ja. Äh. Oh. Oh. Superblock, was ist das denn? Okay. Sie sagt uns also, wo wir Sternensplitter ordenen und kann, was ein Superblock ist, aber wie wir das alles finden. Und dann bräuchte ich das aber ja nicht bezahlen. Ach ja, bist du sicher? Wenn du wieder auf der Suche etwas bist, nimm doch wieder meine Dienste in Anspruch. Will do. Oder ich nehme einen Guide. Spare ich mir Geld mit. Leer. Ach man, warum ist es denn leer? Ich kann hier rein. Sie wird das doch nicht stören, oder? Wenn ich mich mal ein bisschen umschaue. Es stört mich aber, dass man immer jede Stufe hochspringen muss. Bisschen unnötig. Ah, du bist dann der Sohn? Oder der Dad? Oder wer bist du? Ich bin der berühmte Merlot vom Sternschnuppengipfel. Ich sammle Sternensplitter. Ich hab die größte Sammlung. Mein Herr, wenn du Sternensplitter besitzt, würdest du sie wohl gegen ein paar coole Orden eintauschen? Wie wär's und wollen wir? Klar doch. Wollt ihr einen Hetzen gern, hm? Sound? Ändert die Soundeffekte während Marios Attacke? Hm? Ist das dann so Retrogeräusche, oder wie soll ich mir das vorstellen? Zahltag. Je höher der erlittene Schaden, desto mehr Münzen. Uh. Hm? Oder wir sparen erstmal. Wir haben nämlich nur zwei. Und ich meine, schaut euch das mal an. Was wir hier alles bekommen könnten. Ne, ich spare ein bisschen. Das ist wirklich logischer. Ah, hast du deine Meinung geändert? Ah, ich verstehe dich schon. Jo. Haha. Da muss er erst nur sich noch ein bisschen gedulden. Aber das hier wird ja auch ein sehr langes Display. Vermutlich über 40 Folgen. Von daher, da haben wir genug Zeit, ganz viel ausfindig zu machen. So, aber natürlich wollen wir nicht langsam sein. Wir wollen ja auch immer was erleben. Deshalb, los. Auf zum Gipfel. Der ist doch hier, oder? Oder? Warte mal. Ich muss mich mal ein bisschen umschauen. Ich verstecke mir doch bestimmt was, oder? Also das auf jeden Fall ein... Was? Hallo? Hallo! Kann da nicht lagen. Verdammt! Ich weiß nicht, von wo diese Idee nochmal kam. Ich glaube, das war von Mario RPG, aber ich finde das cool, dass man einfach so einen Hammer hat, mit dem man so rumschlagen kann. Das ist etwas sehr cooles. Ah, ich habe mir schon gedacht, irgendwo hier muss doch ein Sternenspitall rumliegen. Yeah, hier war einer. Kann ich kaputt machen? Ich gucke mal, wie ich sie kaputt machen könnte, dann zerspringen die so Sternenspitall, die man nicht einsammeln kann. Das wäre cool gewesen. I don't know. Juhu! Ihr werdet mich jetzt sehr oft hier am Spinnen sehen. Am Rumsch-Spinnen. Denn damit sind wir sehr schnell unterwegs. Und es sieht lustig aus. Da oben! Schaut mal! Wer es ist? Den kennen wir doch. Willkommen, Mario. Wir haben dich erwartet. Ist ja alle hier. Wir sind die sieben hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unserem Heim im Sternenhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte hör genau zu. Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternenhafen eingefallen. Sie stahlen unseren wertvollsten Besitzenden, den Sternenstab, den wir schon seit Anbeginn der Zeit behüten. Der Sternenstab verfügt über eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Solange wir uns zurückkehlenern können, hatte Bowser nur Wünsche wie... Ich will Mario verklappen oder ich will, dass sich Prinzessin Peach in mich verliebt. Natürlich werden solche Wünsche von uns Sternen ignoriert. Daher ging seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon! Als er rausfand, dass wir seine Wünsche ignorieren, stahl er den Sternenstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchte ich, wird er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten aufbrechen. Könnte er sich nicht theoretisch einfach die ganze Zeit nonstop was wünschen? Hat er gewonnen? Oder funktioniert das nicht so? Es ist die Pflicht der sieben hohen Sterne, über den Sternenstab zu wachen. Wir müssen ihn Bowsers Clown entreißen und ihn wieder in einen nicht richtigen Ort bringen. Und um das zu tun, Mario, brauchen wir nur mal deine Hilfe. Doch leider bist du jetzt nicht stark genug, um gegen Bowser antreten zu können. Seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternenstabs ins Unermessliche gestiegen. Sobald wir sieben wieder im Sternenhafen vereint sind, können wir dir die Kraft geben, gegen Bowsers neue gewonnene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, wir sind... So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist unfassbar aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist dies ja noch nur eine Illusion. Wir müssen an unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Ausbausers Gefolgsleiter halten uns an geheimen Orden im gesamten Königreich fest. Bitte Mario, du musst uns retten. Um Bowser den Sternenstab zu entreißen und die Prinzessin Piech zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte Mario, du bist unsere letzte Hoffnung und wir werden... Mario, sieht so aus, als sei die Lage ernst, als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Hm. Na gut. Ich habe verstanden. Und dann diese spannende Prinzessin-Peach-Musik. Mario wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Klinikreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Der kann dir wohl nicht helfen. Meine liebe Prinzessin Piech, wie gönnt es euch an diesen wunderschönen Tag denn so? Diesmal ist es zwecklos, auf Mare zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Ich meine Mare eine Chance, uns so hoch oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternstab habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt. Sie ist nun mein. Ist das nicht einfach wunderbar? Nee. Stellt euch nur vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr erfüllt werden. Wie immer aus Reizen. So wie sie uns Koopa seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendein Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt also drüber nach. Gehabt euch nun wohl, Prinzessin, genieß euren Aufteil hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Oh no. Oh, bitte, wenn mir noch jemand helfen würde. Huch, hat denn er geklopft? Ein kleines Sternenbaby. Ein kleiner Sternjunge, genau. Hi. Ist ich verlaufen? Hallo, Prinzessin Beach. Er freut dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Aber du bist doch ein Sternenkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme vom Sternenhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Ah, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft? Naja, natürlich. Oh, das ist sehr großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lasert mein Wunsch. Geh und hole den Sternenstab von Bowser. Kannst du das tun? Also, Verzeihung, ist das ein bisschen viel für einen Neuling, denn ich bin noch erst vor 2000 Lichtjahren geboren worden. Vielleicht könnte einer der ehrenvollen hohen Sterne aus dem Sternenhafen diesen Wunsch erfüllen. Es tut mir so leid. Bitte wünsche dir etwas Einfaches, das auch ein kleiner Stern wie ich vollbringen kann. Dann kannst du mich von dir wegbringen? Ja, denn mein Palast wurde gefangen genommen und ich musste sie so schnell wie möglich retten. Oh, es tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Was kannst du denn überhaupt? Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternenhafen gerufen. Daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Wäre schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alle zu retten. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twink, glaubst du, du könntest Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Ein riesiges Amulett mit einem Stern dran. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde es so rasch wie möglich ans Königreich hinabfliegen. Ciao. Oh, warte, Twink, warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass... ... dass du ihn liebst? Nein, eigentlich nur, dass es mir gut geht, nur dass ich keine Sorgen machen soll. Ja, kannst du ihm das teilen? Ja, kann ich machen. Verzweifle nicht. Ich, äh, kriege das gut hin. Okay. Süßer kleines Twink. Mario, wo bist du? Na ja, eigentlich ist es relativ offensichtlich, wo ich bin, oder? Ich bin halt unten. Relativ in der Nähe vom Pilskönigreich. Ich glaube, da hätte sie auch selber drauf kommen können, aber na gut. Wie dem auch sei. Warte, haben wir damit schon geredet? Ich kann mich nicht erinnern. Ah doch. Ja, okay. Hat uns gesagt, dass hier der Gipfel ist. Yeah. Da waren wir jetzt. Aber, ah, mein Gott. Ah, es ist mir so leid. Ich bin, äh, wirklich Leile. Jibbi, du bist doch Mario. Den Stern sei Dank, ich habe ihn nicht gefunden. Wie? Wer geht's dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peet hat mich, dir etwas zu bringen. Ah. Ja, das ist es. Ja, hier bitte sehr. Nimm es. Gluckstern, dann hat er den Einsatz des Actionkommandos erlaubt. Ah. Jetzt können wir richtig, ah. Ich habe mich schon gefragt, ob das überhaupt nicht im Spiel existiert. Jetzt können wir kritische Treffer machen und generell im richtigen Moment A drücken und dann passiert was. Das ist der Gluckstern für Prinzessin Peet. Jetzt seid ihr gehört, kannst du das Actionkommando einsetzen. Erlaub mir das zu erklären? Ja. Okay, dann mache ich mal. Mal sehen, wie fange ich an. Du da, ja so, hinter Mario. Darf ich dich bitten, mir bei einer kleinen Demonstration behelflich zu sein? Äh, ich? Mein, 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 mein nämlich Gumbario. Natürlich helfe ich dir. Gut, Mario und Gumbario, lass uns beginnen. So, dann zeig's mir mal. Zuerst, Mario, wähle das Sprungkommando aus. Mhm. Drücke A kurz vor der Landung. Siehst du das da unten? Ich habe es gerade vorgelesen. Achso, okay. Jetzt, drücke jetzt. Jetzt. Jetzt drück doch. Da. Kann man direkt zweimal angreifen. Wenn das Wort gut erscheint, hast du das Actionkommando erfolgreich angewendet. Ist dir dies gelungen? Erhält sich die Effektivität deines Angriffs. Okay. Okay, dann greife ich dich jetzt mal an, Mario. Jetzt, drück jetzt, jetzt. Ja, so kann man auch kontern. So. Jetzt kann man das gleich auch mit dem Hammer natürlich machen. Mit alle möglichen. Okay, drück den Joystick. Ja, drück den Joystick. Nach links. Und dann, lass los. Sternen, krass. Okay. Mal nach links und rück halten und dann beim Bip loslassen. Okay. Das habe ich schon mal gesehen. Lass uns noch ein wenig üben, dass es perfekt beherrscht. Nein, lass. Ich habe es verstanden. Keine Übung? Boah, du bist ja echt, echt, der Mario, der das sofort alles checkt. Boah, sobald du gelernt hast, wie du es richtig einsetzt musst du richtig stark werden. Unglaublich. Jetzt wirst du im Kampf noch stärker sein. Warte, Mario, kannst du das nicht machen? Da bist du! Oh mein Gott, Kamek! Oder ein Magi Cooper, wir wissen es noch nicht. Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Welch ein töriges Sternenkind. Ich wusste, dass ich auf Magen betreffe, wenn ich dir folgen würde. Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt. Ich sage, Kamekouper, ihr lobt es mir gewiss. Vielleicht bekomme ich auch eine Gehalterhöhung. Und los geht's! Oh no. Hier, warte mal direkt den Powersprung. Bam! Ne, ich hab's falsch gemacht. Ich muss noch früher. Das kennen wir erst mal. Wer ist das? Das ist ein Kamek? Hä? Du meintest, also entweder er will sagen, das ist ein Magi Cooper oder das ist Kamek. Aber nicht, dass das ein Kamek, das macht keinen Sinn. Ja, also er setzt einen Zauberstab als Waffe ein. 8 KP, 3 Angriffskraft, keine Verteidigung. Magische Angriffe sind keine Zuckerschlecken. Soll ich diese Kerle sehr ernst nehmen. Verstanden. Gar it. Not bad. Ein bisschen ausgewischen, ausgehalten. Das war jetzt so früh, letztes Mal war es zu spät. Was ist noch mal? Nee, das habe ich nicht. Ich hätte auch üben sollen. Verdammt. Egal, wir kriegen es schon hin. Nein! Verdammt! Bist. Ja, ich werde es noch im Laufe des Spiels lernen. Wahrscheinlich. Ist nicht so schlimm. Und wir kriegen bis in den XP. Tod. Gut gemacht, Mario. Du wirst genau so stark wie immer sie sich erzählt. Ich weiß, dass du Mauer so besiegen wirst. Ich kann ja nur zu Prästenspiel zurück. Zauber bin ich viel zu schwach, um ihr richtig helfen zu können. Aber wenigstens kann ich ihr sagen, dass sie gut aussieht. Und dass es ihr gut geht. Ciao, Mario. Verzieht sich. Bestimmt. Mario! 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 Ich habe vergessen. Ich soll nur Frau Prinzessin blieb sagen. Es geht mir gut. Also sorge dich nicht um mich. Genau das hat sie gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich sehr einsam fühlt. Ehrlich gesagt. Naja. Ja. Ich gebe mein Bestes. Gebt ihr euer Bestes. Und rettet die Prinzessin. Ciao. Jetzt wirklich? Okay, gut. Und fort ist er. Zurück zur Barisers Festung. Was für ein Tapfrag, kleiner Kerl. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Let's go. Yippie. Okay, Action-Kommando gelernt. Ich muss es nur selber noch... Äh, ja, ich muss den Bogen noch raushaben davon. Aber hey. Ich werde die Toads rechts lassen uns jetzt endlich durch, oder? Oh, Mario! Merle hat das hier gesucht. Erlebt dem Haus mit dem rotierenden Dach. Erwart mich, die zu sagen, dass ich hier zu ihm kommen soll. Ich würde gerade nach dir suchen, aber da bist du ja schon. Merle bittet höchst selten jemanden zu sich nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch. Sein Besuch hat. Verlässer nur selten das Haus. Okay, dann... Gucken wir mal, was er für uns will. Merle ist nicht hier. Oh, Merle ist nicht aufzuklappen. Ich dachte, dass er nicht hier ist. Oh. Was zum... Warum schläft jemand von meinem Haus? Moment mal. Dieses Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Du kommst mir auch sehr bekannt vor. Siehst du doch aus wie diese eine Frau da, die einem sagen kann, wo alles ist. Oh, vielleicht... Nein. Ja, er muss es sein. Du bist Mario, ne? Ich habe auf dich gewartet. Du hättest früher kommen sollen. Aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Okay, Mario kommt aber mit. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merle. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelesen, als ich plötzlich eine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr wichtig und es betrifft dich. Aber vorher muss ich noch über einige andere Dinge berichten. Ich dachte, jetzt würde ich sagen, aber vorher brauche ich noch ein bisschen Geld von dir. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Ich muss euch anfangen. Es war vor langer Zeit. Einer meiner Vorfahren war gerade auf dem Sternenstuppengipfel. Doch eines Tages geschah plötzlich ein großer Erschien und ich Angesicht zu Angesicht, dann der weit entfernte, der Framme war, erhob mich, war erstaunlich. Ich war noch so jung. Ich konnte dann unsere Herzen wanden und dann so... Und nur das zählt. Oh, hey, Mario, hast du überhaupt zugehört? Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm nur zu mir. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Fazit, den nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prozessin Piet so schnell wie nur Mensch möglich zu retten, aber meiner Vision zur Folge solltest du zur ersten Fässerung der Kuba-Brüder gehen. Um sie zu erreichen, gehe auf der Straße vor dem Toad-Haus in Richtung Osten. Genie ohne Seife waschen rechts. Okay, thank you so much. Aber es war mir schon klar, dass wir jetzt bei diesen komisch gefärbten Toads vorbei müssen. Aber erstmal natürlich speichern. So, alles klar. So, ich hoffe, wir haben auch schon ein Like da gesessen. Oh, hey. Ne bitte, gar nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Ja, zur Fässerung der Kuba-Brüder zu gehen wäre ein großer Fehler. Ja, das ist definitiv nicht gehen. Und auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlin an Hilfe bitten. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine, für dich, denk erst gar nicht dran. Aber habe ich doch schon. Muss ich nochmal mit ihm reden? Na gut. Merlin, das ist ein paar Toadies. Sie lasst mich nicht durch. So gemein von dem, Merlin. Ah, Mario möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet dich 5 Cent. Okay. Ausgezeichnet. Entspann dich, während ich dir die Erfahrung bringe, was dir die Zukunft bringen wird. Oh, Kristallauge, öffne dich. Stichka-Fri-Butter-Milch. Aha. Das geht, das geht. Das geht nie ab. Für 5 Cent war es das doch wert. Was doch immer hier gerade abgeht. Okay. Was passiert jetzt? Ja, geht zu den Kuba-Brüdern. Geh doch mal hin. Geh doch mal hin. Sonst noch ein Problem haben, zöger nicht, mich wieder um Hilfe zu bitten. Kumpel, ich hab ein Problem. Hä, was sagst du, Merk, wenn wir Toads blockieren, den östlichen Ausgaben von Toaddam? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist lächerlich. So was hab ich noch nie gehört. Noch nie. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich geh's noch nie raus, aber heute mach ich das mal. Folge mir. Ich muss mal sehen, was da vorsichtig ist. Das geht ja gar nicht. Meine Toad, das könnt ihr nicht machen. Ja, endlich, ey. Ich glaub, ich hab's umsonst ausgegeben, das Geld, aber es war trotzdem lustig gerade. Jetzt gibt's dir Ärger. Ich sag dir doch, dass du hier nicht vorbei kannst. Zisch ab, Mann. Hm, ihr seid doch gar keine Toads, oder? Ähm, wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnuckelige, normale Toads. Aber eure Stimmen quietschen nicht so. Ihr seid kein echter Toad. Zeigt eure Sahasgesicht. Aaaaaaah! Ha, dachte ich's mir. Ihr seid die Koopa-Brüder. Wie, hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt. Verdammt! Melanzano, Citronello, Asparago, Rückzug. Einstweilen. Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Koopa-Brüder. Du musst sie in ihr Versteck der Fassung der Koopa-Brüder verfolgen. Oh, äh, Mario, eine Seite deines Zukunfts hab ich dir noch nicht gesagt, ne? Ähm, zur Festung zu gelangen brauchst du die Hilfe eines Koopas mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Omen. In Koopa-Heim findest du vielleicht etwas, das die Sache erklären wird. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Okay, blauen Panzer im Koopa-Heim. So, Freunde, Kapitel 1. Schnapp dir die Koopa-Brüder. Wir sind Prolog endlich entkommen. Und jetzt geht das Abenteuer wirklich los. Ja. Guck mal, wie er uns anschaut. Guck mal, seine Augen wackeln, so melziert es. Oh, nein! Hab mich erwischt. Die Koopas. Wie der aussieht. Der denkt auch nicht mehr richtig cool, was? Koopas. Bam. Bam. Okay. Vielleicht achte ich einfach nur auf das Symbol links. Das könnte mir helfen. Äh, das ist ein Koopa. Jeder kennt sie. Das sind Basis-Gefolgsleute. 4 AKP, 1 Angriff, 1 Verteidigung. Sie haben harte Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legen kannst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Dann ist es viel leichter, sie zu besiegen. Kann sie durch einen Sprung aber mit Hilfe eines Power-Blocks auch auf den Rücken legen. Okay, danke, Gumbario. Sehr hilfreich. Bam. Nein. Was war das? War das zu früh? Zu spät? I have no idea. Ja. Okay, man kann aber nur einmal springen. Versuch du mal auf den Gummer zu gehen. Bam. Bam. Okay, mein zweites Mal kann man glaube ich nicht machen. So, willst du dich noch wehren oder so? Tja, kommt ja gar nicht mehr voran. Bam. Da muss ein bisschen vorher. Man darf nicht dann drücken, wenn man auf ihn landet, so wie neueren Mario RPGs, sondern kurz bevor man drauf landet. Falls das Sinn ergeben hat. Ich glaube, wenn ihr schon mal Mario RPG gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Du bist auf jeden Fall ein bisschen vorher drücken. Oh, ein kurzer Ausgerutsch passiert. So, und bleb. Bleb. So, deine Flügel sind weg, ne? Ah, hast du nicht down gegangen? Ja, perfekt. Und ich finde es sehr gut, dass Gumbaren die gleichen Attacken hat. Also, dass er auch diesen Actionangriff machen kann, weil ich war mir nicht sicher. Man kann. So, die kann man gut gebrauchen, ne? Genau so wie die Moneten. Da war nichts drin. Was ist hier? Ein Cent. Hey. Was hast du für ein Problem, Mann? Ach, wir haben den Paracuba noch gar nicht analysiert. Äh, Paracumba, sorry. Bam. Okay, das hab ich drauf. Das ist easy. Das ist ein Zuckerschlecken. So, Scanner. Äh, das ist ein Paracumba. Offensichtlich handelt es sich um Gumbas mit Flügeln. Äh, 2 KP, 1 Angriffskraft, keine Verteidigung. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Soweit sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Ich dachte, das wüssten wir eigentlich schon, aber da war ja zumindest... Ne, ich weiß nicht, warum man da drücken muss, sorry. Ja, aber zumindest hat er mir Lebensanzeige für mich angezeigt. Keine Ahnung. Bam. Bam. Backdown. Perfekt. Einem guten Action-Jump. Geht das hier ganz schnell von der Nase? Nice. So, die Punkte können wir gebrauchen. Was ist denn hier drin? Oh! Den Schwindelhieborden verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Mördmeet? Schau mal. Können wir den... Ah, können wir nicht. Äh, Olympische, Hammerhoch, Schwindelhieb. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt ehrlich gesagt. Zumindest noch nicht. Ich komme noch klar. Ich hoffe, ihr kommt klar, wenn jetzt die Folge zu Ende ist und ihr noch bis zum nächsten Mal abwarten müsst. Furchtigel ruft einen schrecklichen Geist dabei, der die Gegner verjagen. Irgendwo oder was? Na gut, Freunde. Beim nächsten Mal erkunden wir dann hier diese grünen, grünen weiter und erreichen bestimmt Cooperheim. Seid gespannt, seid dabei. Bis dann und ciao. Oh, Bu變. Ui! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017